Also ein Käseblatt? Ja. Ich hab mir jetzt diesmal... Und wir Blutstiller? Hermostatic? Nee, nur Essmatsch. Nur Essmatsch. Und Vantagen darfst du grünen, die zwei. Ja. Mehr nicht. Okay. Wenn du was gebrochen hast, dann musst du da eben rumhumpeln. Kein Splint? Nicht mal ein Splint? Nein, nein. Einen normalen Splint? Zwei normale Splints würde ich schon... Nein, nein. Ja nicht, Alter. Weil entweder ein bisschen spannend muss es jetzt sein. Pan-Killer irgend sowas? Auch nicht. Wie viel S-Matsch? Einen. Nein. Pan-Killer nicht. Gar nichts. Ein Splint, Alter. Nein, gar nicht. Und 24 Schuss Munition. Da kann meinetwegen jeder 60 mitnehmen oder 120. Das interessiert mich nicht. Aber du hast sechs Schuss drin, du brauchst ewig lange zum Nachladen. Ich glaube nicht, dass ich in einer einzigen Runde überhaupt 24 Schuss brauchen werde. Ja, ich auch nicht, weil ich mit zwei Töter... Ja, aber es sind ja auch noch Skeps da, ne? Die nehmen wir ja mit rein. Ach, du willst auch noch mit reinnehmen? Ah ja, logisch. Sonst sitzt jeder in der Ecke und keiner hört das. Die Skeps greifen dich an, dann hört man wenigstens, wo was los ist. Na okay. Und dann ohne Splint. Ohne Pan-Killer. Richtig. Aber komm nicht weit. Da darfst du aber eine Taschenlampe oder einen Laser unten dran bauen. Ach, das brauch ich nicht. Gut. Aber mehr ist nicht. So, Werder, bist du noch drin im Spiel? No, no. Wir quasseln hier die ganze Zeit. So, Norti. Ich knall dich ab. Aber nicht hier in der Ecke hocken, wie Graf Koks. Ah, Norti. Du hast ja Stream-Snipes, die ich dich kenne. Was hab ich? Du siehst doch, wo ich im Stream bin. Ne, hab ich nicht gern. Außerdem ist das sowieso, wenn dann, so heftig verzögert. Aber hab ich wirklich nicht an. Also das... Oh. Du schießt doch schon auf mich. Ja klar. Gibt schon Kassala, Junge. Was ist denn da los? Kein Tod. Der Skeps. Der Skeps. Hab ich dir eine reingeprezt, wenigstens? Ja, du hast mich ein-, zweimal getroffen. Das hier hatte ich schon ein schwarzes Bein und ein schwarzer Fuß. Okay. So, dann wollen wir mal. Du, wer hat das Rettel gewonnen? Keiner? Ich muss nachladen. Da hab ich einen Klump geschossen. Der hängt hinter seiner Kiste. Wir sind gleich da. So, Wärter. Ihr seid konzentriert. Er legt nach. Er legt nach. Ich pushe ihn. Ey, hast du einen Helm aufgehabt? Sag mal. Ne, aber es sah bei dir auch so aus. Ach so? Hab ich dich überhaupt getroffen oder gar nicht? Ja, du hast mich getroffen. Guck mal jetzt. Der Arme sind weg. Beine Arme sind weg. Warte einfach, bis der Typ mir einfach brauche. Ganz einfach. Safe. Bündnis. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Luca, grüß dich. Herzlich willkommen. Wo stecken die Säcke? Das war's für heute. Ich hab einen umgelegt. Ja, hast mich erwischt. Das war's. Ich hab einen Zoo weiter erwischt. Ach so? Okay. Ich hab dir aber auch schon gut gegeben, ne, Max? Von der Entfernung? Ja, ich hatte schon drei blecke Sachen, ne? Also, ich bin runtergefallen. Ja, das ist dann richtig dreckig, Alter. Ja. Aber das, also mir gefällt das. Es war auch das übelst Spaß hier, so. Ja, bitte nicht runterfallen, nicht nur mal. Bin ich falsch? Hab ich dir auf der, auf 15 Uhr auf dem Weg. Ja, bin ich, oder? Das weiß ich nicht. 15 Uhr nach 20, bin ich doof oder was? Du bist bestimmt richtig drinnen und nicht. Ja, hast du nicht Koop angemacht? Ach so, ah, 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 stimmt. Nee. Also, Alter, hier sind die, warum schießt hier alle mit Maschinen? Ja, 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 ja. Oh, ah, 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 ah. Ich bin tot. Wer hat mich getötet? Ich. Die haben euch aber auch nicht reingepresst. Jo. Hast du nur einen nachgeladen? Nein, ich hab gewartet. Achso. Ihr habt das schon mit dir gekriegt. Du hast geschossen. Ich war ja auch voll. Und ich hab gewartet, bis du den letzten Schluss machst. Mit meinem letzten habe ich ihn in den Kopf geschossen. Der war gemein. Der war gemein. Ich hab dich nur fliegen gehört. Ich wusste nur nicht über ihn. Ich weiß, ich hab dich die ganze Zeit auf der anderen Seite gehört. Ich wusste nicht ganz genau, wo du herkommst. Ich dachte nur, scheiße, jetzt aber nix wie weg. Ich musste eine Blutung stoppen, sonst wäre ich verblutet, weißt du? Jetzt war das so bestimmt, bis ich mich wieder zeige. Ne, ne, mach wie du denkst, ne, 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 mach wie du denkst, ne, ne. Ho. Ja, ja, da oben. Dachte ich mir doch. Ich musste den Skablack machen. Ja, ja, jetzt weiß ich wenigstens wo du bist. Hahahaha. Tops, krill. Tops, krill. Gniegat. Ah, das ist scheiße. Hatte ich einen Scaff erledigt? Ich denke, ja. Also, wenn es keiner von euch war, dann... Ja. Ich musste die ganze... Nee, zu werden an den Kopf geschossen. Gut gemacht. Aber ich war sowieso am Nachladen, Alter. Der Scaff ist nicht umgefallen. Oh, doch. Ah, nee, es ist ein Scaff. Alles klar. Okay, okay, okay. Seid ihr noch weiter neben? Wir müssen hier gegenseitig gegen Scaffs halten. Ich glaube, Mats hat auch angeraten. Ah, scheiße. Wo steckt die Ratte? Wer? Max? Na? Hä? Wo steckst du? Er sagt, du bist eine Ratte. Da lacht sogar das Scaff. Ich habe doch hier Schüsse gehört. Ja, ich bin deine Chef. Wo war das, Mats? Ja, gute Frage. Ja. Gute Frage. Ja. 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 Da war ein Kanäger. Nein! Hast du doch die Mundbühne leer oder was? Ja. Da wohnt, wohnt er! Oh, der Schiff ist böse. Ich glaube, du bist beim Ausstellen. Alter, der Schiff tut das nicht fast. Ja, die sind echt freundlich. Das ist einfach weggelaufen. Ja, das war der Schiff. Aber ich weiß, wo du bist, das ist schon mal gut. Ich weiß noch, wo du bist. Nicht weit weg von dir. Dachte ich mir schon fast. Das Feuer ist gemein von hinten. Ich höre die Steps hinter mir. Das heißt, du kommst von da. Wo bist du? Nein! 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 Jetzt! Angriff! Scheiße! Ich bin unten, nicht oben. Mist! Ich will Thomas Käseblatt haben. Oh, ich muss da wieder nach. Bleib stehen! Mann, da kommt ein blödes Käf, da kippt mir nicht fest. Oh! 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 Vor mir ist auch einer! Oh, ich hab dich gesehen! Ist die Knarre wieder leer! Scheiße! Scheiße! Alter, war doch gut im Schiff. Siehste, um welchen Nottis nur eine S-Marche-Regel gehe ich hier drauf? Ja, das ist aber der Spielmann, ach! Oh! Alles Gute ist, ich weiß, wo es rüberkommt. Ne, du darfst nicht am Lichten kommen. Ne, das geht nicht. Oh! Ich kann ja nicht mal hinrennen! Oh, der, wenn du gegen den S-Käfen nachfahren musst, ne? Oh! Oh, ich bin tot. Ein Skepfer hat mich erschossen, glaube ich. Ja, ich hab dich nicht erschossen. Oh, ich bin auch tot. Ihr seid so geil, Alter. Die Skepsen machen euch fertig. Da waren so viele Skepsen, ne? Wir haben uns ja ordentlich in Klump geschossen. Bis zum nächsten Mal.